Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn endlich ist sie bei mir eingetroffen. Und zwar ist das die Goodiebox Sonderedition Mi Quara. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser mega coolen Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, die Box, also die Goodiebox im Allgemeinen und auch diese Special Box wurde mir kostenfrei von Goodiebox zur Verfügung gestellt. Um sie in diesem Video zu zeigen, ist das ein sinnvoller Satz gewesen? Ich weiß es nicht. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ja. Denn ich warte schon seit einer Weile auf diese Box und irgendwie ist die bei DHL verloren gegangen. Und ja, jetzt habe ich sie aber endlich gekriegt und es hat irgendwie dann doch seinen Weg zu mir gefunden. Und ich bin einfach extrem gespannt, was sich hier drin verbirgt, weil so wie ich gehört habe, soll es einfach die Box für mich sein. Ich bin echt gespannt. Die kostet normalerweise 29,95 Euro und wenn man eine Mitgliedschaft hat, dann kostet die nur 24,95 Euro. Und wenn du eine Mitgliedschaft abschließen möchtest, kannst du mit dem Code Urlaubsgeschenk, das ist dieser Code hier, tatsächlich, ich hole sie mal eben kurz aus meinem Repertoire, diese mega coole Haarbürste gratis mit dazu bekommen. Richtig, richtig cool. Schau einfach mal in die Infobox, da habe ich dir alles so weit verlinkt. Die war nämlich schon mal in der Goodiebox mit drin und die ist hier unten immer in meinem Schreibtisch, wenn ich mir vorher die Haare klemme, was ich hätte tun sollen vielleicht mal. Aber na, so sind es so ein bisschen Natural Beach Waves hier. Ich laber. Die Goodiebox kommt ja immer in diesem extrem coolen Schubladendesign, ne. Ich feiere das. Ich feiere das richtig, richtig doll. Und diese Edition ist ganz besonders schön, denn wir haben hier so ein echt schönes rosa Motiv drauf. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Leichtigkeit. Ich meine, das sind Schmetterlinge, natürlich erinnert mich das an Leichtigkeit, ne. An einfach mal die Seele baumeln lassen und das ist ja auch das Grundprinzip von der Goodiebox, dass man einfach mal abschalten kann, runterkommen und sich auf sich selber besinnt. Ein bisschen Me-Time, ein bisschen sich selbst finden und wiedererkennen. Feel yourself, so nach dem Motto, ne. Genau. Und das hier ist halt eine Special Edition. Die haben verschiedene Special Editions. Ich habe auch schon mal die vegane ausgepackt. Ich habe auch schon für den Mann die Wingman ausgepackt. Kann ich die hier oben alles mal verlinken, nach und nach oder in der Infobox mal gucken. Die Starskin war auch richtig geil mit Starskin-Masken. Ich mache jetzt das Ding hier mal auf. Also das ist ja unfassbar, wie viel ich rede. Ist halt eine Schublade. Ich nehme hier immer die Schublade raus, um das hier zeigen zu können. Und wir haben hier auch den Flyer tatsächlich mit drin. Denn normalerweise hast du hier auch ein Digital Leaflet. Und hier steht drauf, take the time to care of yourself every inch. Also nimm dir wirklich Zeit, dich um dich selber zu kümmern. Und zwar jeden einzelnen Inch, jeden einzelnen Zentimeter von dir selbst. Sei es äußerlich oder innerlich. Das ist so, so schön. Also dass man sich einfach mal um sich kümmert. Und ja, with this limited edition Goodiebox, we are providing you with amazing top-to-toe pampering. Okay, hä, weiß ich noch nicht. Dass man sich von Kopf bis Fuß einpacken kann. Find the link to our digital leaflet in the email that should be landing in your inbox right about now. Okay, ja, ne, mega cool. Ich freue mich extrem drüber, dass ich mich von Kopf bis Fuß mit Produkten von Goodiebox einpacken kann. Was auch immer das heißt. Dann machen wir hier mal das Seitenpapier auf. Also auch der Klebi ist hier mit so einem süßen Schmetterling. Und hier haben wir dann tatsächlich den Blick in die Box. Ich bin aufgeregt. Okay, hier haben wir von Miquara. Oh, das ist das. Ach, guck mal, das mit diesem Schmetterling ist das Logo von Miquara. Und hier haben wir eine Reinigungsseife. Das ist das erste Produkt aus der Box. Das ist ganz schön groß, ne. Mit Vitamin C, Revitalizing and Oil Balancing. Also quasi revitalisierend und ölbalanciert. Also das ist quasi das Gesicht, dass die natürliche Schutzbarriere des Gesichtsöls nicht angegriffen wird. Ich weiß es nicht. Facial Cleanser for all skin types. Ja, das ist nett, ne. So ein schöner, großer Gesichtsreiniger. Ich weiß nicht, ob der nach irgendwas riecht. Vitamin C ist immer so eine Sache. Da bin ich manchmal ein bisschen vorsichtiger mit. Aber da man sich das ja nur zur Reinigung aufgibt und dann wieder abwischt, ist es was anderes, als wenn man das als Serum aufgibt. Es riecht angenehm fruchtig tatsächlich. Das mag ich gerne. Das gefällt mir. Ne, das finde ich cool. Sammy schüttelt sich mal wieder. Ihr kennt das, ne. Der sitzt immer, wenn ich hier meine Videos drehe, draußen vor der Tür und wartet, dass er irgendwann reinkommt. Denn ich habe tatsächlich auch etwas stehen, was gleich mit ihm abgedreht wird. Okay. Dann habe ich hier das Body Scrub 2 in 1 Body Wash & Scrub Gel. Biodegradable Glitter. Ach Quatsch. Das ist mit Glitzer. Witzig. Mit biologisch abbaubarem Glitzer. Und das ist ein Körperpeeling. Und gleichzeitig ist das eine Körperdusche quasi, was ich gut finde. Denn ich habe das öfters, dass ich tatsächlich ein Körperpeeling verwende und immer danach noch das Gefühl habe, ich müsste mich dann nochmal abschauben. Einen Schaum einseifen und abduschen. Genau. Und das ist quasi dann jetzt ein 2 in 1 Produkt. Und das finde ich praktisch. Da sparst du dir ja nicht nur Produkt an sich, sondern du sparst auch Wasser. Weil du dann ja nur für das eine Produkt unter der Dusche stehst. Richtig gut. Exfoliating & Moisturizing. Das finde ich auch immer super wichtig. Dass wenn du so ein Körperpeeling hast, dass es halt nicht nur dann peelend ist, weil das scheint ja hier auch wirklich ein richtig mechanisches Peeling zu sein. Sondern, dass es auch gleichzeitig wieder Feuchtigkeitsspendend ist, sodass die Haut nicht austrocknet. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Das hört sich positiv an. Das hat auch so einen leicht fruchtigen Duft wieder. Hat auch fast irgendwie sowas von, weiß ich nicht, von Melone oder sowas. Finde ich ganz cool. Und das ist dann quasi auch mit Glitzer. Ich meine, man sieht hier auch diese weißen und rosanen Pünktchen drin. Und tatsächlich, wenn das Licht so ein bisschen drauf scheint, dann glitzert das auch. Ich brauche keinen Glitzer unter der Dusche. Seien wir mal ehrlich. Aber dieses Produkt hört sich interessant an und wird verwendet. So, als nächstes eine Fußmaske. Praktisch. Ich habe gestern noch eine Fußmaske gemacht. Und zwar ist es eine Special Two Layer Foot Mask Socks. Von Normal and Major Feet. Für malträtierte Füße ist das dann quasi. Das machst du dir drauf. Und dann soll es die Füße pflegen. 15 bis 20 Minuten lässt du das dann drauf. Das finde ich praktisch, weil du kannst dann in der Zeit, während du das drauf hast, dir auch eine Gesichtsmaske drauf machen. Und dann kannst du quasi deinen Körper eincremen, dir die Haare machen und so. Und dann kannst du es halt nach der Zeit abnehmen. Ja, auch das kommt aus Dänemark. Also, Miquara ist genau wie Goodiebox auch eine dänische Marke. Goodiebox kommt ja auch aus Dänemark. Ich bin auch wirklich gespannt, wie das preislich aussieht. Ich finde es auch immer ganz cool. Also, es sind immer so verschiedene Sachen. Zum einen sagt man, finde ich geil, wenn ich eine Box habe und da hochpreisige Marken drin sind, die ich mir sonst nicht kaufen würde. Andererseits denke ich mir, wenn dann aber ein Produkt drin ist, was ich affengeil finde und ich mir das nachkaufen will, das dann aber irgendwie 50 Euro kostet, denke ich mir, Mist. Das ist immer so, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das seht und was ihr persönlich dann lieber in den Boxen drin habt. Erschwingliche Produkte, die ihr euch nachher nachkaufen könnt und dementsprechend dann aber auch einen geringeren Boxenwert. Oder sagt ihr, ne, wenn ich eine Beautybox habe, will ich, dass da richtig krass Produkte drin sind, die so hochpreisig sind, dass ich vor Lachen nicht mehr in den Schlaf komme. Ne, schreibt mir das gerne mal. Wie gesagt, ja, und die werde ich dann, ich weiß nicht, ob ich die dann heute schon verwenden werde oder nächste Woche, weil wenn ich jetzt ja gestern erst eine Fußmaske gemacht habe und meine Füße ja schon babyweich sind, muss ich erst mal abwarten, dass sie dann wieder Pflege brauchen, oder? Aber finde ich gut, doch. Okay, das finde ich spektakulär. Die kann ich heute mal machen, mache ich aber kein Video drüber. Das ist eine Popo-Maske. Luxurious Patches for your butt. Das finde ich ja großartig. Ich meine, das ist ja ernsthaft so, ne? Ich sitze ja fast den ganzen Tag auf meinem Hintern. Es ist so. Und man pflegt ihn dafür, dass man die ganze Zeit auf ihm rumhackt. Nein, dass man ihn belastet. Pflegt man ihn viel zu wenig. Intensely Moisturizing, Firming and Tightening of the Skin. Okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt, dass mein Hintern geliftet wird. Nee, ähm, too much information. Es tut mir leid, Leute. Aber dass es quasi so ein bisschen Feuchtigkeit spendend ist, da habe ich Bock drauf. Und das werde ich mal verwenden. Mein Freund wird mich komisch angucken, wenn ich dann auf der Couch auf dem Bauch liege. 15 Minuten darf das nämlich einwirken lassen. Und hey, danach soll man ein Sternchen auf dem Bobo kriegen. Ist das nicht großartig? Ich feiere das. Das finde ich cool. Haben wir ja noch nie gesehen, sowas. Also Dekolleté-Masken, Hupi-Masken und so ein Kram habe ich alle schon gesehen. Aber für ein Popo, geil. Ja, Golden Glow Cream. 24-Hour Golden Transforming and Highlighting Face Cream Intensely Moisturizing Excellent Primer. Ach, guck mal. Siehst du, das kannst du als Primer verwenden. Das finde ich super interessant. Also das kannst du sowohl als ganz normale Feuchtigkeitsspendende Tagescreme nehmen, die dir dann halt auch ein Strahlen ins Gesicht gibt. Und gleichzeitig ist es ein Produkt, was du auch als Primer verwenden kannst. Finde ich schön. Ich meine, du kannst viele Gesichtscremes als Primer verwenden. Davon mal ab, ne? Okay, ich hoffe nicht zu extrem, weil ich bin ja echt eine Blassnase, ne? Also ich brauche jetzt nicht so einen krassen Goldschimmer im Gesicht. The cream has a light covering effect and gives the skin an even healthy glow. It adds moisture to the skin and exerts a regenerating and anti-aging effect for daily use. Okay. Ich habe bei sowas generell gerne mal Angst. Also die ist auch noch irgendwie zu. Kommt da jetzt was raus? Ach, guck mal. Nee, warte. Die kommt hier weiß raus. Das sieht übrigens echt aus wie so ein Quetschi, ne? Dass man daraus trinken will. Muss man so ein bisschen hochdrücken. Ich habe so eine Creme-Verpackung übrigens auch noch nie wirklich gesehen. Dann hast du hier das Produkt. Und die soll mein Gesicht jetzt auch einfärben. Ja, die hat... Oh Gott, das ist so eine Hautton anpassende Geschichte. Schauen wir mal. Hä? Okay, das ist die erste Hautton anpassende Geschichte, die jetzt nicht einen Fleck auf meiner Hand hinterlässt. Und das mal sozusagen. Sehr, sehr, sehr dezent, ne? Aber tatsächlich hinterlässt sie einen Schein. Schön. Die riecht einfach nur nach Creme. Also da ist jetzt kein großer Duftstoff oder so mit drin. Ich habe auch ein bisschen Schimmer auf meinen Fingern. Das sehe ich jetzt tatsächlich. Das ist ja interessant. Cool. Ja, das werde ich mal als Gesichtscreme ausprobieren, ne? Als Morgencreme, sage ich mal. Die ist jetzt sechs Monate halbbar. Das heißt, ich muss die auf jeden Fall direkt verwenden, nachdem ich die andere aufgebraucht habe, die ich jetzt noch in Verwendung habe. Das dauert aber nicht mehr lange. So, eine Bubble Mask. Bubble Masks finde ich immer super witzig. Du hast zwar irgendwann echt dieses Gefühl, dass du nicht mehr atmen kannst, weil... Hier hast du ja meistens auch diesen Steg, ne? Und dann kommen ja auch die Bubbles und dann geht das in die Nase rein. Oh, jetzt habe ich Lippenstift am Finger. Ähm, ne? Muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber das ist eine Facial Cleansing Sheet Mask with Bubbling O2 Soap Technology. Also mit, ja, Sauerstoffangereicherten Bubbles. Sehr geil. Und das mit Aktivkohle dann auch noch, glaube ich, ne? Charcoal? Ist da irgendwo Charcoal? Steht da Charcoal? Hätte ich jetzt gedacht, weil die dunkle ist. Bamboo Charcoal, siehste? Steht drauf. Also Aktivkohle aus Bambus. Joa. Muss ich austesten. So was macht mir immer richtig Freude. Ach geil. Hey, wir haben hier so viele Masken drin. Also ich kann voll verstehen, weswegen mir auch bei Insta ziemlich viele geschrieben haben. Mensch, Claudi, da wirst du dich mega drüber freuen. Das ist voll deine Box. Aber mega. Ich habe hier echt fast nur Masken drin. Das hier ist eine Hair Steam Mask. Treatment for Split Ends. Dry and Damaged Hair. Und ich habe, ja, dry and damaged hair aufgrund von, ich bin natürlich blond, ne? Also das auf jeden Fall. Finde ich interessant. All in one. Du musst deine Haare vorher waschen. Machst dir dein Handtuch trocken. Dann machst du das Kram drauf. Lässt das Ganze so 10 Minuten drauf. Und dann nochmal die Haare abwaschen. Manchmal finde ich das nervig. Aber jetzt so im Sommer finde ich das okay. Weil wenn ich das im Winter habe, dann renne ich ja nackig und mir ist kalt durch die Gegend. Und weiß dann nicht, was ich in der Zeit machen soll, wo ich den Turban auf dem Kopf habe. Weil ich mich dann ja zum Beispiel auch nicht eincremen kann oder so. Weil ich mir danach die Haare ja nicht mehr abwaschen kann. Weil ich dann ja Wasser auf meinen Körper bekomme. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen schwierig, wenn man nur eine Dusche hat und eben keine Badewanne. Da muss man so ein bisschen das Ganze handhaben, wie man möchte. Aber ja, du. Im Sommer kann ich 10 Minuten sehr gut füllen. Ich denke, Dienstag mache ich die mal. So, dann habe ich hier Eye Mask. Ach Mensch, so viele Masken. Ich stehe drauf. Ich feiere das. Luxurious Golden Hydrogel Eye Mask with Collagen. Instant Cooling Effekt kann man im Sommer super gebrauchen. Helps restore elasticity and firmness. Supplies skin with nutrition. Ja, also das ist einfach, ne? Soll deine Augen glätten und soll alles schön machen. Und zum Brightening war das? Ne, nix mit Brightening. Aber es soll sie nähern und schön machen. Und glätten. Jo. Eigentlich, ne? Solche Eyepatches mag ich lieber, wenn die halt so in Pöttchen drin sind und man dann halt mehrere drin hat, dann hat man weniger Verpackungsmüll. Aber Leute, ich liebe ja auch Tuchmasken und so ein Kram. Ne? Ich bin da halt ein bisschen... So in kleinen Schritten versuche ich ja mein Leben ein bisschen umzustellen und weniger Müll zu produzieren. Schafft man nicht immer. Gut. Dann habe ich hier, auch sehr praktisch, heute leider nicht möglich, die zu verwenden, weil heute leider keine Sonne. After Sun Sheet Mask Deeply Soothing and Moisturizing Refrigerate for Extra Cooling Effekt. Okay. Ist Refrigerate nicht einfrieren? Warte. Ne, kühlen sie die Maske. Ne, ne. Bis das Symbol auf der Vorderseite erscheint. Also du hast hier irgendwo dann so ein Symbol, was erscheinen würde. Dann ist die kalt genug. Also ich würde jetzt nicht einfrieren, Leute. Ne, das ist ja auch... Ne, ne, ne. Ne, Refrigerator ist ja auch nicht... Refrigerator in Englisch ist doch eigentlich nur Kühlschrank, oder? Ja, das kommt nur in den Kühlschrank. Aber da kommen meine Masken eigentlich generell hin, bevor ich sie drauf mache. Meistens ist es so, dass ich die eine Stunde, bevor ich sie drauf mache, einfach in den Kühlschrank packe. Und wenn ich dann mit dem Duschen und so fertig bin, husche ich einmal rüber in die Küche, hole mir dann meine Maske aus dem Kühlschrank, packe die drauf und genieße es. Genau. Ja. Wird damit auch passieren. Finde ich klasse. Was soll die überhaupt machen? Beruhigen, kühlen. Mit Aloe Vera. Extrem gut. Spendet Feuchtigkeit. Das hilft wirklich den Heilungsprozess der Haut dann auch wieder anzuregen, weil du hast ja, wenn du ein Sonnenbad genommen hast, meistens etwas sonnenbeschädigterer Haut. Auch wenn du Sonnenschutzfaktor aufgetragen hast, ne. Jo, finde ich gut. Kühlend, heilend, feuchtigkeitsspendend. Ist außer Natur. Mit Ciza-Extrakt richtig gut. Ich habe auch aktuell ein Serum mit Ciza-Extrakt in Anwendung. Und Leute, das ist ein so geiles Zeug. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, genau. Jo. Lindert die Reizung der Haut. Haut beruhigen. Bla, bla. Das ist ja immer wieder das Gleiche, was hier hinten drauf steht. Richtig, richtig gut. Da freue ich mich drüber. Ey, das sind richtig gute Produkte. Ich finde es übrigens auch echt nett, dass die hier auch so zwei etwas andere Produkte reingemacht haben, dass du nicht nur in Abführungsstrichen Masken drin hast, sondern auch so ein bisschen was anderes. Auch diese Creme, ne. Das ist auch für mich so ein bisschen, damit man, ich glaube, weil als die Starskin Sonderedition war, haben viele gesagt, ach Mensch, das sind ja nur Masken. Jetzt hast du nicht nur Masken, sondern du hast halt auch ein bisschen mehr aus dem Sortiment von Miguara. Und mir hat es richtig gut gefallen. Ich freue mich drauf, die Produkte zu verwenden. Und ich finde, das ist echt eine Masse an Produkten, die jetzt hier drin sind, ne. Das ist schon sein Geld wert. Und ich sag mal so, für entweder 25 oder 30 Euro ist es ein guter Deal, den man gemacht hat, wenn man sich die Box holt, ne. Ich fand's nett. Ich fand's cool. Ich werde meine Freude damit haben. Ich hoffe, ihr auch mit diesem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Was war denn da los? Ich brauche einen Kaffee. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!